Wie geht's dir? Noch läuft's? Gut. 10 Kilometer haben wir, bald die Hälfte, aber man merkt schon, es hat auch besser, ein bisschen schneller, 3 Kilometer sind, aber man merkt schon, aber in dem Campo soll man schon durchhalten. Gleich kommt die nächste Aidstation und dann haben wir noch ein paar Zuschauer. Am Start hinten ist noch ein bisschen zäh, aber auch dann geht's schon. Schafft's!